Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glypho Games Video. Heute soll es mal wieder um den Ohrpendler gehen, Leute. Ihr wisst ja, es wurde vor einer gewissen Zeit, ich glaube es ist jetzt schon ein, zwei Wochen her, wurden ja die Preise vom Ohrpendler runtergesetzt. Damals habe ich ja gesagt, ich werde jetzt nichts mehr verkaufen, da sich das einfach nicht lohnt. Und ich habe mir damals schon gedacht, hmm, wenn das jetzt auch schon eine größere Glypho Games Video gesagt haben, oder besser gesagt, auch Leute, die sich mehr mit dem Team auseinandersetzen, werden das bestimmt einige Spiele machen. Und so ist es jetzt auch gekommen, Leute. Und zwar ist es so, dass bei den Anbauprodukten sind jetzt hier gefühlt alle immer noch auf zwei. Hier wurden heute noch keine Pilze verkauft, das kann man daran erkennen, dass der Preisverfall noch nicht da ist. Hier steht 10.000 Pilze kann man immer noch verkaufen für zwei Dollar, für zwei Obst. Hier wurden schon wieder ein paar verkauft, aber zum Großteil werden die Anbauprodukte halt im Moment nicht verkauft, weil die Leute es nicht einsehen, nur zwei Orbs pro Dings zu bekommen für ihr Anbauprodukt, Leute, wie zum Beispiel für Pilze, Blumen, hast du nicht gesehen, was man ja alles noch so anbauen kann. Was man dazu jetzt aber sagen muss, Leute, ich verstehe, wie viele Games, dass sie gesagt haben, gut, wir machen das runter, ist alles okay, ja, es sind Bots da, verstehe ich ja alles. Aber im Endeffekt hat dieses Update jetzt überhaupt gar nichts gebracht, weil es einfach nicht so ist, dass niemand mehr an den Orb-Händler verkauft. Was heißt, wenn keine Orbs mehr an die Orb-Händler verkauft werden, heißt, der ist komplett überflüssig und könnte eigentlich weg. Heißt, im Umkehrschluss, man müsste die Preise wiederholen, wird die Leute wieder verkaufen. Also im Endeffekt hätten sie es auch eigentlich direkt zu lassen können, weil das Ding ist, es wird immer irgendwelche Bots geben, die dort vorne was abgeben werden. Das kann man einfach nicht verhindern. Man könnte es vielleicht nur so machen, dass man so, ich sag mal, ein Plugin schreibt, was das Verhalten von Bots nachguckt. Also dieses schnelle Hin- und Herklicken und so, das einfach ein Mensch nicht schaffen würde. Das könnte man in so einem Plugin zum Beispiel einprogrammieren. Aber wirklich, da gab es, wieso lecken das jetzt ja und so in der Gegend. Naja, egal, wir gehen jetzt mal zum Endeffekt. Im Endeffekt hat dieses Updates, muss man sagen, bei GeForGames jetzt überhaupt gar nichts gebracht, weil es einfach so ist, dass die Anwahrprodukte jetzt nicht mehr verkauft werden und dadurch staut sich jetzt natürlich einiges an bei den Leuten. Also Leute, die jetzt eine Blumenform haben, formen natürlich weiter, weil sie dann darauf spekulieren, dass die Preise wieder nach oben gehen und dann wird alles direkt verkauft, Leute. Mache ich jetzt im Moment natürlich auch so. Ich baue jetzt meine Pilzform weiter aus, versuche so viele Doppelkissenpilze wie nur irgendwie möglich zu bekommen und die dann, wenn die Preise wieder nach oben sind, zu verkaufen. Eigentlich gibt es jetzt nur wirklich als Lösung, dass man die Preise wieder anhebt und sagt, gut, ja, was anderes geht einfach nicht, weil sonst verkauft es keiner mehr und dann ist der Europenhändler überflüssig und der kann auch eigentlich direkt auch wieder weggenommen werden als Plang und so. Ich muss sagen, damit hat sich das GeForGames-Team eigentlich schon mal wieder selber ins Bein geschossen, auf gut Deutsch gesagt, weil sie hätten ja auch mal einfach mal rumfragen können, ob, wie es jetzt im Moment ist, ob die Preise runtergemacht werden sollten, ob sie es unverfinden, dass man zum Beispiel das jetzt hier Bots abgeben, ob deswegen die Preise runtergemacht werden. Dann hätte man, keine Ahnung, 500 GeForGames-Spieler befragen sollen und dann hätte man die Meinung ausgewertet und je nachdem hätte dann mal wieder das entschieden. Aber nein, das GeForGames war ja mal wieder so schlau, hat sich gesagt, ja, wir machen das jetzt einfach runter, wird schon eh nichts passieren, die Leute werden schon weiterhin verkaufen, was im Nachhinein wahrscheinlich ein großer Fehler ist. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat meine Meinung zu dem Thema gefallen und dass ich euch mal wieder auf den aktuellen Stand gebracht habe, wie es jetzt erstens bei mir aussieht und wie es sich mit dem Preis ist. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschaui.